Heute auf dem Tisch haben wir das 4K-Steelbook zu Ocean's Eleven. Ihr seht auch schon, das Ganze ist im Casino-Style gehalten, sehr passend, genauso wie die anderen Blu-Rays. Seht ihr auf meinem Kanal in dem langen Video. Genau, das Ganze wurde mit 35mm Kameras gedreht. Dementsprechend haben wir hier zwar Film-Grain, aber sehr fein durch die 4K-Masterung. Und ja, das ganze Bild ist sehr schön charmant, sieht echt cool aus. Das Grain ist nicht zu stark, nicht zu schwach. Hier wurde kein oder zumindest nur sehr leicht DNA betrieben, d.h. Rauschreduktion ist hier nur sehr leicht vorhanden, gefällt mir sehr gut. Beim Ton haben wir Dolby Digital im Deutschen, leider, und DTS HD Master im Englischen. Macht aber nichts, ist ja ein sehr dialoglastiger Film. Ton ist in Ordnung im Deutschen, Bild gefällt mir besser. Und das ist die Blu-Ray. Meine Empfehlung habt ihr, falls ihr die Filme mögt, denn das Bild ist, wie gesagt, sehr schön. Ton ist eher okay. Wollt ihr den Rest sehen, dann klickt auf das große Video. Tschüss. Vischendurch... Vischendurch convegnetizend zijn... Mess amis. ...